Moin, keine Zeit und tschüss. Genau, keine Zeit. Hallo ihr Lieben und euer sind wir wieder bei einer weiteren Folge. Wir machen... Boah, ich hab mich grad erschrocken! Wie versprochen? Hilda. Was zum Henker? Hä? Oh. Ist das laut. Ich hab mich grad... Galerie. Schießt du so komisch? Der riecht komisch. Oder du. Riecht nicht komisch. Oh! Hallo! Ich guck das! Ich hab... Was zum... Alter, die Schwerdattacke! Der kam jetzt rein, also. Der hat mich auch... Angesprungen. Ja, hab ich gesehen. War sehr eppig. Eppig. 6. Ich könnte reißen. Äh, falsche Richtung. Erstmal looten. Da kam der Scheiß ums Eck. Da kam der Scheiß ums Eck. Doppelt gut. Wo ist denn der Große hin? Oh! Kommst du rum? Guck mal! Ja, das hat er gemerkt. Der wehrt sich! Der wehrt sich! Ah! Alter! Echt! Alter! Komm doch mal! Komm doch mal! Ah! Hallo! Der ist ungünstig. Großer. Er hat gepasst. Er hat gepasst. Gedüst. Ich meine, er hat... Er hat Dampf abgelassen. Ja. Aha. Er hat schon wieder gedingstert. Ja. Seine CPU ist überlastet. Ich auch. Das ist die Kühlung. Hahahaha. Lade nach. Ich auch! Hab keine Muni mehr. Ha, ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr, gleich auch mal ihnen. Vom, warte mal. Aha, ah. Warte mal! Warte mal, nein, 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 nein! Alter, ich muss nicht. 11. Bewegt dich doch nicht so. Was man hat, hat man. Schuss. Au. Oh, er kann nur ums Eck schießen. Hallo? Spitt wohl. Ah, diese Stille. Oh, guck mal, was da kommt. Oh, guck mal, was hier kommt. Oh, keine Bulli mehr. Warte mal. Ich hab dich gerade verteidigt. Geil, warte mal. In jedem Game ist die Angst voll. Ja, merkt man, ne? Ja. Ich hab sie aussortiert. Wow. Ja? 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 Ja, blöd. Ja? Ähm, Kalli? Ja? Kundschaft in 3. 2, 1. Was? Bringt er aus Schickes? Klebestoff. Mehr nicht. Klebestoff. Hey, ich kann nicht mehr rennen. Läuft. Nee? Ist das schwer? Ja. Die können halt mal in die Kation wieder. So. Den hab ich, glaub ich, hier auch noch nicht. Dann lasst mal kurz gucken. Ich muss mich ein bisschen entmisten. Ja, ich muss auch mal ganz kurz Luki-Luki machen. Ja, das geht ja so gar nicht. Ey, was ist denn hier los? Das geht ja. Ihr sollt mal ein bisschen tauschen. Was? Was? Ich hab gar nichts gemacht. Song? Was? Rauch weg. Ja. 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 Andrenalin. Bach 3. Glückwunsch. Danke. Und. Ist da wieder was dran? Auch Granate weg. So. Explosiv. Ja. Explosiv. Ich glaube, ich höre schon wieder so ein etwas größeres Objekt. Oh mein Gott. Ich hab Narben gefunden. Was? Achso. Ich bin so glücklich. Du hast Narben gefunden. Ich hab ne Jacke gefunden. Hm. Ich sollte es echt mal lernen. Tür knacken? Ja. Oh, wäre schon ratsam. Mhm. So, jetzt gehen wir rein hier, ja? Ja. Minimale Action hatten wir ja. Das war eigentlich so minimal. Ja, ich bin auch so ein bisschen enttäuscht. Vielleicht, weil wir davor immer gestorben sind und deswegen wurde das ein bisschen zurückgeschraubt oder so? Oh ne. Oder sind wir einfach weggefahren von den Grazien? Die sind einfach nur weggefahren von den Grazien. Und haben die Action einfach... Hansa, ich begrüße sie. Panzer hier und so. Wie wär's hier mit, äh... Gucken und so. Hab ich doch. Wow. Glückwunsch. Hab Panzer gefunden. Und ne Kiste. Was machst du da? Kannst du nicht einfach mal warten und den nächsten LKW looten? Ist das denn so schwer? Ich knack hier was auf. Ja, ich auch. Oh. Kiste. Ne, da, ne. Ne Hose. Scheiß auf die Kiste. Noch mehr Hosen. Da krabbeln wir jetzt nicht rein. Sonst bleib ich da hängen oder dann haben wir... Der pinke Basecap. Wer braucht so'n Scheiß? Ich nicht. Kannst du auch mal warten? Ich hab hier irgendwas Großes gehört. Hat gerade, äh, gemacht. Ey, kaum sammelt man alles ein, ist man schon ganz schön gut von dir. Jetzt Obten hat gerade zum Essen ruft. Ähm. Wie sieht's denn aus wie... Nochmal Andronaline. Wow. Ah. Ich freu mich. Ach, glaub ich dir. Oh, Kisten. Direkt vor der Nase. Und ich musste dreimal gucken. Hier mal. Das hat keiner gesehen. Oh. Aber das ist ja eh Mangelware. Ich finde zum Beispiel jetzt gar keinen. Andrenalinschuss mehr. Was? Ja. Wie, du... Ja, brauchst du jetzt auch gar nicht. Ja, ich finde die aber nicht. Ich würd die gerne sammeln. Sammeln. Ich hab gerade irgendwie... Irgendwas anderes verstanden. Okay. Ja. Du verstehst doch immer irgendwas anderes. Und ja, du solltest mich mal verstehen. Aber wenn ich mich verstehen möchte... Weil ihr Pampenheimer immer irgendwas falsch macht. Und wenn ich sage, so und so müsst ihr es machen, ich immer recht habe. Und ihr verkackt es jedes Mal. Gar nicht wahr. Wohl wahr. Wohl wahr. Ich hab sonst immer recht. Immer. Was für ein Witz. Ja, kackt einen Tag aus. Mhm. Ach, Gott. Natürlich. Äh, ja. Aber man muss ja nicht hören. Ja, musst du gerade sagen. Dann fühlt ihr eben... Musst du gerade sagen? Ja, ihr Mütze. Ja, Mann. Ja, Mann. Wo bist du denn? Ja, mit A. Bist du auch hinten lang? Und hast du dann festgestellt, dass du nicht weiter da lang kannst, weil es zu eng wird? Nee. Da war ich ein bisschen schlauer. Oh Gott, du hast dein Hirn angestrengt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, war ein bisschen zu anstrengend. Ich muss was trinken dadurch. Warte mal, hab ich hier... Hab ich. Aber davon hab ich mehr. Mhm. So, davon hast du also mehr. Mhm. Sehr interessant. Jeder, der meine Folge guckt, weiß, woran ich mehr habe. Würdest du dies erläutern für meine Zuschauer? Ja, Manni, Mann. Ey, ich glaub, über uns trampelt's. Ja, T-net. Wo gehen wir denn lang? Hier, wo's grün ist? Ja. Grün ist nice. Finde ich auch. Wie knattert es. Aber hier liegt's doch nur doof rum. Das sind die kleinen Scheißer. Lichtdinge. Interessant. Hier, den kannst du looten, Manni. Reaktionsvermögen wie eine Erbse. Alter, Mann. Da kommst du auch noch hin. Wart's ab. Lüft er nach und nach ein und man wird immer langsamer. Also, nix mit Shooter-Game, sondern eher so... Wimmelbilder. Ja, oder Wimmelbilder. Aber Wimmelbilder wären schon schrecklich, ne? Ah, oder was? Farming-Simulator oder Eurotrack. Mein Gott. Nee, viel... Nee, da musst du viel... Das ist laut. Was hast du gesagt? Da muss man viel zu kopfmäßig gut sein, also... Naja, das Höhen muss man schon anstrengen. Ich mein, man... Man kann ja langsam werden im Alter, aber das Höhen muss... Ja, ich hab mich auch selbst angezogen, ne? Oh, Scheiße. Warte mal! Ich hab mich selbst angezogen. Warte mal, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte das. Warte, bist du. Was? Hab dich gerade ges... Äh, ich kann nicht mehr reden. Hab dich gerade gesucht. Oh, wei. Damit geht es dann auch los, ne? Fortfindungsstörungen. Alter, ich springe dieses Kackding an. Wo ist denn das jetzt? Oh, du rennst natürlich auch in der Kiste vorbei. Ja, weil ich zu dieser Kiste gerannt bin. Hast du ein grünes... Was grünes? Granatwerferdings. Warte, 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 warte. Warst du ein grünes Granat? Nee, hab ich nicht. Was hast du? Äh, hier mit, 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 äh, grau. Eine Krone. Warte, dann geb ich dir ein grünes. Geil, weil du besseres hast. Du kannst mich mal. Das war gerade in der Kiste. Ich hätte es auch sein lassen können. Ich rede doch gar nicht mehr mit dir. Okay, dann geb ich es dir nicht. Gib es mir, ansonsten bist du aufgeschmissen. Ich hab nämlich ein gelbes. Gelbes, jetzt kriege ich ein grünes. Mit fünf Grünchen. Fünf. Warte mal. Muss ich die denn? Das da. Warte kurz, warte kurz. Munition. Da will man mein Netz sein und die blöde Kuh, ne? Äh, das da. Warte, mein kurzer Test. Kali? Kali, gut, die Kali hört mich nicht. Wisst ihr, da ist man, ist man mein Netz. Und die, äh, meckert einen Arm. Nee, ich musste kurz was testen. Da lebt was. Ja. Danke. Ich hab nur die Fußhack geschossen, hätte jetzt nicht gedacht, dass es vor... Hast du dich nicht... Ey, du hast dich jetzt nicht grad hier vorgedrängelt, du Sau. Ich war da schon. Ich war da schon. Ja, ja, jedes Mal warst du da schon. Ich war da, guck doch meine Folge an. Weißt du? Ich bin der Horst, also bin ich immer als erstes dran. Ja, du bist ein Noob, Mann. Du Zweitnummer, du. Du, Alter, kannst du nicht ha-ha-ha. Immer schon jetzt. Ich glaub, wir müssen wieder hinter dir, äh, weiß ich nicht. Zum Horst. Batteln hier. Damit wir... Was ist denn da? Unsere Aggression nicht aneinander. Was hängst du denn jetzt hier am Tisch? Hier ist nischt. Da ist ein Zettel, Mann. Hier ist Geldzettel. Den hab ich auch genommen. Gut. Alter. Wo gehen wir lang? Unten. Geradeaus? Rechts? Unten? Unten? Ja. Unten. Leute, wir gehen nach unten. Ich guck rechts. Rechts ist... Ja, viel Spaß. Überlass ich dir. Ja, Magno, Baby. Warte mal, ich loote ihn hier noch. Ich loote alles. Ich... Es... Ja, Mann. Ja, Mann. Was, du Feind? Knopf gedrückt. Und wird's leashed? Ja. Ach, echt. Wascht. Ja. Komm. So. Oh. Da hinten ist auch noch ein Feind. Falscher Feind. Dahinter. Da hab ich einen getötet. Ja, kann man auch machen. Ja, das kommt. Muss man nicht, kann man aber. Ich bin überladen hier. Ich auch. Ich bin überladen. Geil. Warte mal bitte kurz. Haben Sie ein wenig Geduld. Die gewünschte Person ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht und Telefonnummer. Ja, ihr wisst schon. Kommen Sie später vorbei. Danke. So. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, bleibt mir fast die Stimme wegkommen. Ich hab schon gemerkt, ne? Ich bin bereit. Gut, dann natsch mal zu, Jo. Hast du dich hier schon ein bisschen schlau gemacht? Nö, ne? Ich bin hier hinterher, weil du Loob ja nichts kannst. Musst du grad sagen. Hab ich gesagt. Hab ich aber. In der Kiste im Reg... Da ist er in der Kiste im Reg... Da war ich doch schon dran. Hart. Nix. Ich bin halt zu schnell für dich. Komm mal, mein Alter, Fräulein. Alter, mach doch mal das Ding hier zu. Ich komm ja nicht vorbei. Ja. Aktivieren der Pflege, ne? Alter. War hier was drin? Nein. Sagst du es nicht? Ach so, warte mal. Hab ich doch. Weißt du nicht? Diese Kommunikation heute ist wieder bombastisch. Warte mal, wieso ist denn das jetzt? Mein Gott, warte mal. Iliamon. Ich bin doch hier im Flur und bleib stehen. Das ist kein Flur, das ist ein Programm. Bezeichnen wir es als Gang. Alter, kannst du nicht mal... Können wir jetzt? Ja. Gut. Pfeife. Guck mal. Der ist jetzt an. Was ist denn jetzt? Geht das nicht? Schlüssel. Gibt es? Nein. Du hast aber keinen Schlüssel. Wo weiß ich das wissen? Hast du es übersehen? Hast du was übersehen? Ich? Weiß... Keine Ahnung. Hab ich was übersehen? Das weiß ich gar nicht. Wenn ich was übersehen habe, dann über... Weiß ich es doch gar nicht. Dann übersiehst du es richtig, ich weiß. Ja, hier liegt was. Warte mal. Achso, das habe ich glaube ich ausgedroppt. Ah. Dann? Ja, bei den Profis. Das ist ein falsches Spiel. Das ist ein falsches Spiel. Falsche Person. Ach du, falscher Orstmann. Mhm. Hm. Oh, mag noch ein Baby. Sag es dir. Hallo? Lydia? Ja? Hier ist auch noch einer. Also wahr. Wo müssen wir denn jetzt lang? Nicht diese Richtung. Okay, andere Richtung? Ja. Ja, dann komm. Da, wo das Symbol ist. Na, wieso rennst du mir hinterher? Weil du gesagt hattest, du sollst dir hinterherkommen, weil du Hilfe brauchtest. Habe ich gar nicht gesagt. Von einer starken, selbstbewussten Kau. Was wollte ich jetzt einfach mal gesagt haben? Richtig Kampfzwerg. Hier ist so ein Ding. Und du bist keine Fürstin. Hier ist so Waffenkiste und so. Ja, nein, danke. Wo, da, genau. War denn hier irgendetwas? Na? Gut. Jetzt. Dann, äh, du kommen. Gut, 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 gut. Komm. Ja, 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 ja. Wieso? Kommen, du, äh, runter. Ja, erst mal kurz. Ich mach gut mit Magnum, bei Magnum. Ich mach gut mit Pumpgun. Okay, ich mach den nächsten kaputt. Gut, dann mach dir. Ja. Du mach ihn kaputt. Oh, das hört sich sehr gut an. Äh? Was? Das hört sich sehr gut an. Was du kaputt gemacht hast, Mann. Let go. Let go. Also, die Erste-Hilfe-Dinger, die fliegen ja einen jetzt zu? Ich find das richtig... Torsberga, Torsberga. Das ist HMS Visborg. Höhe Distanzminuten Südost um Hisingarnäset. Wir haben inkommende L-Dinger von ihrer Pjäser. Beknäfte. Was beknäfte? Wir schützen von ihrer Egna. Abbrüte um... Oh, was? Hier, da ist noch... Da ist da so ein Dings wie da, du weißt schon, auf der Karte und so. Ja, hab ich gerade mitbekommen. Dass da ein Gegner ist. Das ist dann... Ja, das ist schön. Ja, find ich auch. Ey, Lieben, ihr wisst gar nicht, wie entspannt das ist, wenn man hier so einen Ors hat, der ein Navi im Kopf hat und latscht einfach nur dämlich hinterher und siehst zu, dass du Muni hast. Fertig. Weißt du? Ja, manche Leute müssen halt den Kopf haben, ne? Einfach nur geil. Na, ich darf ja wohl abscheiden. Hallo? Nein. Vom Alter, Fräulein. Oh. Ja. Erstmal befummeln. Was? Na, den hab ich noch nicht gelootet. Siehste, so lootest du. Mann, n... Ordentlich. Ja, man sollte ordentlich loot. Da trampelt was Großes. Ja, und hier geht's raus. Da! Mensch ist das In keinem Gitter mit Selle. Au. Hey, dann schieß doch mal auf mir was anderes hier, nicht immer auf mich. Ich stehe ja hinter dir. Das ist doch das Beste. Jetzt kann er sich das mal ausmuchen. Was? Der macht komische Geräusche. Was ist mit dem? Ich glaube, der ist überhitzt. Genau, überhitzt. Oh, okay. Der hat Geschmack. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich kann auch mit der Mark durchschießen. What? Ha! Ha! Ui. Aha, T-Net. Und was haben wir? Nichts Besonderes. Oh. Hier haben wir noch Kisten drin. Oh, Stück. So. Ups. Kommen wir hier rein, wa? Yep. Guten Tag. Stopp. Nein, nicht stopp. Wir kommen jetzt rein. Klopf, klopf. Hallo. Klopf, klopf. Hm. Hey. So ein kleiner Scheißer-Noop-Noop, wa? Oh. Ich war auch ein Noop-Noop. Ich habe daneben geschossen. Ja, wollte gerade sagen, wer zielen kann, ist klein ein Vorteil, ne? Hast du gesehen, dass ich's... Alter. Ja. Fahrradskalm. Tja, doof, dass ich's auch genommen habe. Ja, ja, da habe ich eine Kiste, die man nicht sieht. Und du auch. Da unten ist eine Kiste. Wo da unten? Da. Ah, no. Nice. Sehr schön. Ähm. Ein Folgenpusschen. Aber sowas von, ihr Lieben. Ah. Dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Ah, cool. Und bis zur nächsten Folge. Oh ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.